Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Ups Äh, Star Ocean's Divine Force Was waren das eigentlich für welche? Äh, ich hab keine Ahnung, wir befinden uns auf irgendeinem Weg, wo wir hin sollen Ah ja, genau da Hab ich schon mal erwähnt, dass ich das fliegen mag Vor allem, weil das auch viel schneller geht Kommen wir nochmal zu dem Schiff Ich bin gespannt, wann wir die Dinger eigentlich sehen Oh Oh So, es war hier Oh Oh Sui Nein, ich werd's nicht damit anfangen, es auch zu sagen Oh 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 Alter, das ist voll echt nervig gerade Oh 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 Werd ich einfach wieder oben rausgeschmissen? Ah, klotz der lang War ja nicht in der Höhle da... Okay, die geht da bloß so ein Stück rein Alter, hier zu kämpfen und dann grad fliegende Gegner, ey, leck mich Oh, warte, da komm ich da nüber? Alter, da komm ich garantiert nüber Alter, hab ich mich noch gerettet hab damit Schön schön Alter, das ist ein riesen Zweck oder was man am besten sagt Also das schon Oh, was ich nicht wusste was? Boah! Alter! Steh auf! Nein, warte, ich bin tot! Hä? Ah, das ist, weil die Nina halt tot war. Kann die... Kann die jetzt so Skills benutzen? Warte mal, Nina. Das Zeug hab ich ja gemacht. Passive Skills. Counter-act-Signal. First Aid, 2% of Recoverings when attacked. Okay. Chain Combos. Nina cannot target enemies, so she cannot put offensive... in terms of Chain Combos. ... Language of Sound. Tickling Chain, RP3. Bam! Tempered Metal. Pledge. Bam! 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 "... Accessories haben wir Oder? Wir haben welche." Die Soldaten. Verteidigung hoch! Oh, wir haben noch viel mehr. Oh, die zählen alle. Water Spirit. Water Resistant Earth. External Winslow, even Dodging. Gunner, ATK plus 5. Guards, Intelligent, Death. Ich find cool, dass man das so ausrüsten kann. We have company. Prepare for the worst. If we all work together. Destroy. What are you doing? You master. Go back. Meist es sich nicht selber? Oh, das ist es. Threat detected ahead Warte, die haben die besiegt? Aber warte mal Zuerst einmal Zuerst einmal das, was ist denn das? Zum zweiten, was war da unten eigentlich? Scheinbar nix Da ist auch was Also keiner nicht mag es irgendwie, vom Ding her macht das schon Spaß Das ganze System ist nur ein bisschen, weil die Allies so speziell sind Ich sage, wir machen hier für die Nacht Man, wir sind noch lange weg von Mehta, nicht wir? Die Klambe ist zu viel für dich? Hey, ich bin nicht derjenige, die in den Infirmary collapsed You sure you're up for this? I had plenty of time to convalesce I can survive a leisurely hike through nature Let's just hope you're right It's freezing up here I must say, I'm surprised you haven't asked about it Oh please, everyone's got something they don't want to talk about Besides, you seem like the kind of guy who'd get mad if someone asked him what he had for dinner No way am I gonna ask about such a touchy subject Just what do you think I am? A cranky killjoy? What did you? Shh, not so loud You're gonna wake the others Die zwei, Alter Die zwei, Alter Just outside the gravitational field of the planet you're on Unfortunately, my pod sustained damage upon ejection Rendering the attitude control inoperable I couldn't reset the system either I've been controlling the craft manually Hey, I trust you more than any autopilot system More importantly though, send me your landing coordinates This is an underdeveloped planet I have no clue how long it'll take me to reach you But I'll do everything I can to get there ASAP Thank you, Ray See you soon Over and out This is great news So, she's 27 hours out, but where else she... Awesome, we're headed that way already You're next, Chloe I'm not leaving you behind We're all going back to Vergald together What's that? Verdammt I think we can all agree We'd like to reach Ada by sundown So the sooner we depart, the better Okay, by Lagerfeuer Can we really pen I don't know if there's something up there Is Wupp Ne So is there nix, or? Ne Okay, weiter geht's Wow, 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 wow Habe ich ganz genau gesehen Die fiesen Lichter Ehhh Ehm Okay Schweinerei Was stellt man hier solche scheiß Lichter auf, wenn da nix drin ist? Initiate emergency protocol Neutralized Energy levels Out of my face Insufficient movement Well, that's over with Uff 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 Alter, ich hab's sogar geschafft Ah shit Er hat da oben wird nix halt Uff Warte, da unten ist was Cool Oh scheiße Äh, Absturz Mayday, Mayday Da hätt'n sie mehr gekommen, naja Da hätt'n sie mehr gekommen, naja Ah, ist das die Schlusslinie, die ich da sehe? Woah, woah, holy crap We have climbed seriously high up The village of Ada is just beyond that bridge Let us keep moving Schweinerei Schweinerei, da ist ja schon wieder nix Nein Ohhhh Ich wollte doch springen und dann fliegen, aber das Ding hat, er ist nicht gesprungen Und die paar Meter, was er geflogen ist, hat schon gereicht, dass es zu Ende war Prepare yourselves for back Ruh Ruh The strong gut Äh, was machst du? Warning The energy levels low End of the lock Hostile gathering strength Drive in Women's attached incoming Execute line side maneuver Assault war neutral neutralized Die Wiener hat schon wieder erwischt Die Nina ist mit dem Hallen ziemlich ben für den Arsch Da geht's noch nie rein Ich stünde, mit dem einen Ding hat's doch auch ne Hülle gegeben, wo wir nicht rein durften, ne? Ahem Village of Eder Schweinereise Benefits of a blind side Ähm Achso, da ist ne Mauer und dann nochmal ne Mauer Warum ist das wie ne Arena? Was ist das nicht? Ich dachte, dass das zellig ist, ein kenten, nicht ein kreisgerät Ähm, wer noch jemand sieht, dass das Ding moving? Das Ding bärs echt eine größe an ein Kanon und wird trainiert bei uns! Out of its way! Alter. Mir hält er voll viel aus. Ey, ich kann halt... Incoming! Over here! Alter! Ey, das ist doch voll zu metzen! Ey, Alter! Du kannst halt nix machen mehr! Hör schon mal her! Warte mal! Wie konnte ich das machen? Scheiße, so konnte ich das machen! Blueberries 30, Revives, Orca Berries, Status Elements, Blueberries Warte mal, er hat mich am Ende doch angegriffen! Vor allem, du blinds halt erst einem! Und dann schießt er die nächsten 20 auf dich! Warte mal! Was ist die Nino? Nino, 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 Nino. Okay, das geht. Nino, 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 Nino. Aaaaah, das sind dabei. Boah. Alter Schwede. Fuck. Neither du, oder diese Stadt wunderschön, Maester Felgreed. Das ist Midas? Es ist nicht ohne Grund, dass wir uns vor dir stehen. Bitte, uns die Zuschauer. Du hast gestorben, Letizia, aber sag mir, du wirst du noch ein Tantrum, wenn ich nicht gesagt habe? Ich bitte dich, Maester. Wir haben eine Patientin, die Dr. Eason sagt, nur du kannst du es治ieren. Eine Patientin? Von Markus? Sehr gut, öffne die Tür. Ich bin nicht so, wie giftig und talentig dieser Mann ist. Er hat kein Recht, um zu verabschieden, einen der Royal Blood zu verabschieden. Seine Worte vielleicht haben, dass er mich verabschiedet hat, aber er hat sich nicht gesagt, dass er mich immer wieder erabschiedet hat. Ich finde das eine Verkaufnahme. Und jetzt, die reale Behandlung ist. Komm. Wow. Dämliche Pedder, ey. Für heute, ja. Aber es ist nur ein Zeitpunkt, bis Osirius fährt. Und dann werden auch deine sehr leute Kräfte auslösen. Maester, du meinst nicht das. Oh, aber ich glaube. Ich glaube, es ist bereits begonnen, in fact. Warum würde Royalty in die Hinterlande gehen, wenn nicht um Hilfe zu bitten? Willst du kurz noch mein Zeug mitnehmen? Musst du fertig mitreden? Ja, aber was bringt mir das Verteidigungssystem, wenn es da ist? Obwohl auf den Straßen die Banditen lauern, oder so. Sind das Gegner gewesen? Ich seh nix. Schau mal, da oben. Sonst noch irgendwas? Ne. Alter Junge, wie weit wirst du eigentlich noch gehen? Achso, bist du da oben auch? Ich glaube, wir ignorieren den Typen einfach mal. Alter Junge, wann hast du jetzt da aufgestoppt, ey? What's up? We're here. Nein, lass ihn mal zurück. Ne. Ja. 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 Ich bin auch ein Semio-Manser. Siehst du? Ich bin auch ein Semio-Manser. Ich bin ein Semio-Manser. Ich bin ein Semio-Manser. Nina. Nina. Na, Nina. Wir sehen uns, ob ihr könnt ihr aufhören. Bring mir zwei Sprigs-Lavender und Artemis-Leaf, einsch. Drei, nicht frisch. Yeah, yeah, I'm on it. And you? Raymond. Raymond, you're free to watch. But better keep that orb of yours in line. I'll do my best. You catch that, Duma, you'll be on your best behavior for the dock. What a rum thing. Now... So you collapsed in rifle, experiencing any other symptoms? Keep this to yourself. For about a month's time, I've not been feeling quite myself. It was around then that I noticed a peculiar darkening of the skin at my shoulder. Half a year. Then you will lose all function of your arm. What? I can craft a new prosthetic for you, but it will be of inferior make. Its performance will suffer as well. You have no choice but to change your lifestyle greatly, lad. And there's nothing to be done? There was. 14 years ago. Then, Maester, I've a favor I must ask of you. Unless it concerns your arm, you waste your breath. I have no patience for royalty or their dogs. 14 years ago, huh? Well, what news? I have failed. My pleas for appeals fell on deaf ears. What do I care about that? I speak of your arm. Will it heal? Oh, right. Of course. He tells me I will lose all use of it within the year. But surely he can craft for you a new one, right? He may once have been able to, yes. But that was 14 years ago. Highness! Maester Felgrid, I throw myself upon your mercy. I beg you, create a new prosthesis. You know my answer. I beseech you, do me this one kindness. And I swear by all my forefathers that you shall never again have to see another of my line. Is that truly why you ventured into this backwater to give your retainer a health check? I confess that was not my aim at first. But now... Now I'm here for no other purpose than to see my dearest friend well at last. I entreat you, Maester. Help him. The materials I'd need were lost to your kingdom 14 years ago. Nothing short of time travel can see that prosthetic of his made new. This cannot be... This is the best I can offer him now. I was warned that the arm might last into adulthood, so I prepared this just in case. With some adjustments, it should provide you with more than enough mobility to lead an ordinary life. But not one of nighthood. Still, that's a fancy piece of gadgetry. How's it powered? For no semiomancer, you're quite perceptive. Busted. It's plain to see there's no semiomantic connection between you and your orb. And yet still, it heeds your command. I confess I've never seen anything like it. How does it work? That's the million-fall question, isn't it? Sure would be great if you could help us answer it, though. You think I'll be cozen by such tricks? Come on, man. If this kingdom goes down, it's taking you with it. If Viserius' fate rests entirely on my shoulders, then they deserve what's coming. Maester! End of discussion. However, I have a responsibility to see to your arm. One I won't neglect. Anything beyond that is none of my concern. As you wish. No, Highness. I have witnessed firsthand how much this village has come to rely upon you. I cannot in good conscience deprive these people of your services. I ask only that you provide Albert with the care he so rightly deserves. Wow. Distress signal received. Distress signal received. Huh? Confirmed. EDIS-affiliated. Escape craft entering current orbit. Analyzing call signal. Executive officer Elena on board. Already? But how? Something's wrong. Who speaks? And what's that map? Not now. Elena? Elena, come in. Ray, my escape craft has just entered Aster 4's gravitational field. But the attitude control systems can't be operated manually. Deceleration is impossible. Here are my projected landing coordinates. Got it. See you soon. Stay safe, okay? I will certainly try. Over. Over my dead body. This is serious. I'm aware. So why then think to go off alone? Mr. Felgrid, I'm afraid we must leave you for now. Albert and I have sworn to assist Ray in locating his companions. Where he goes, so must we. However, upon our return, I would ask that you tend to Albert's arm. What is this? He's coming in too hot. I'm sorry. She has landed in treacherous terrain. She is beyond our help. She survived at all. Goddammit. Goddammit. Come. Maester? You mean to get to that meteorite? Then follow me. Thanks, man. I owe you. You are good to help us, Maester. Thank you. I do this for my village. Not for you. I do this for you. Uh-huh. Keep telling yourself that. Reverse. Dishon members will be placed in reserve to change. Party members open the menu to go party chain. Wobei, an der Stelle muss man dann leider schlafen. We're all set. Let's hurry over to Elena. We can leave through the western gate. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Fantasy's... Äh... Fantasy's Downline, ja. Leider erinnert sie mich aber auch teilweise an Fantasy's Downline. Egal, dann tauschen sie die Wineforce. Macht's gut und servus. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Fantasy's Downline.